Musik Die Gang of Germany ist inzwischen richtig groß geworden. Ja, jetzt gehen wir noch eine Gefahr heute. Wie, ja, Downyerskaten, Alter. Im Uri als persönliche Shuttle. Servus. Den vierten Platz belegt in Darnetal. Ja, das war ziemlich geil. Erzähl mal, wie ging das so? Ich dachte, das Ding ziehe ich locker durch und dann war jede Runde mit Olli zusammen Action. Das hat echt Spaß gemacht. Bis ins Viertelfinale und dann ist du Bad. Jetzt kam halt der Bad. Jetzt ist der Bad halt an mir vorbeigezogen. Die ganze Saison freue ich mich am meisten. Ja, Almabtrieb wird geil. Insel wird geil. Wird richtig geil. Ist halt die Heimstrecke. Wird richtig geil. Zu Almabtrieb auf jeden Fall. Und Teolo. Und insel und Kosa kommt dann noch. Also los geht's eigentlich mit dem Almabtrieb. Kannst du das mal zeigen? Wo ist der? Also hier ist Deutschland und dann ist unten der Almabtrieb. Ja. Und dann geht's glaube ich zum Greatfair Call. Ja. Dann geht's nach Frankreich. Dann kommt nach Greatfair Call. Kommt da schon Teolo? Teolo. Dann geht's nach Italien. Und von Italien geht's nach Insel und dann nach Kosakov. Nach Hause. Oder war das? Greatfair Call. Italien. Insel. Kosakov. Ja genau. Italien. Insel. Kosakov. Geiler Trip. 4.000 Kilometer. Mindestens. Eher 5.000. 6.000. Aber 6 Wochen Spaß. 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 Dann kann ich den Stein kommen. Kann man garantiert sicher von uns. Jakob Rabe. Schlag den Rabe. Das zeig ich zum Rabe. Esst mir Banane. Kannst du Brian besuchen? Ja. Wir werden nicht rumkommen. Das ist ja. Bad ist vor live. Der Halt ist immer noch auf dem ersten Platz. Ich bin speziell viel gefressen. Dort fahre ich speziell einfach gerne und gehe weniger rum. Deine Lieblingsrolle? Neuerdings, ja. Dieses Jahr angefangen Flywheels zu fahren. Macht Spass. Weswegen denn? Hm? Weswegen denn? Ja, guten Grip. Gut schnell. Und guten Drift. Einfach im Allgemeinen eine gute Rolle. Keine Kompromisse. Der Trainiere ist Ramon und Dominiki. Nice. Du denkst, du kannst den World Championship gewinnen? World Championship? Wir gewinnen? Ja. Mein Traum. Mein Traum. Giant Slalom? Ja. Pippin Slalom? Ja. Pippin Slalom? Aber tight Slalom? Und overall? Ich weiß nicht. No Dominiki World Championship. No Ramon. Budeu. Budeu. Dieser Zug fährt weiter als S2 nach Enge Ziegelbrücke. Next Stop, Zürich Main Station. Ja!